Im heutigen Video sprechen wir über ein Produkt, auf das sich die gesamte Yu-Gi-Oh! Community Jahr für Jahr freut. Und zwar die Tin. In dem Fall die 25th Anniversary Tin Dueling Mirrors. So sieht's aus. Wir sprechen einmal über das Produkt. Was wird drin sein? Welche Karten sind zu erwarten? Welche Sets werden gereprintet? Was könnte darüber hinaus noch drin enthalten sein? All das werden wir hier versuchen in diesem Video herauszufinden. Und damit auch genug von mir. Lass uns direkt in das Produkt, die 25th Anniversary Tin Dueling Mirrors, reinspringen. Los geht's! So, da sind wir auch schon. Wir schauen uns natürlich als allererstes das Produkt an, die 25th Anniversary Tin Dueling Mirrors. 400 Karten wird es in diesem Set geben. 400. In der letzten Tin waren es, glaube ich, 280 unterschiedliche Karten. In dem Fall sind es jetzt 400. 100. Was wiederum bedeutet, dass die Chance, eine der Karten zu ziehen, die man unbedingt haben möchte, sinkt. Was mich wiederum dazu bringt, mir Einzelkarten zu kaufen. So, das Ganze erscheint am 19.09. diesen Jahres. Ist noch ein bisschen hin. Aber dennoch sprechen wir schon mal drüber, weil, ich sag mal, Leaks und Influencer Openings passieren in der Regel relativ kurz vor dem Release der Tin. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erst Ende August tatsächlich eine Art Kartenliste oder Reveals erhalten. Aber Konami hat uns schon verraten, welche Sets in dieser Tin gereprintet werden. Und genau diese schauen wir uns gleich gemeinsam an. So, natürlich zur Feier des 25. Jubiläums des Yu-Gi-Oh! Also von Yu-Gi-Oh! gibt es natürlich hier Yu-Gi-Kaiba. Zieht immer. Zieht immer gut, Yu-Gi-Kaiba. Das Ding ist, und jetzt tatsächlich auch hier die Mutmaßung an dieser Stelle, dass es eventuell zwei unterschiedliche Designs der Tin geben könnte. Denn im OCG erschien Anfang diesen Jahres, im Februar und im März, ein Produkt, beziehungsweise zwei Produkte, die immer das Gegenstück zum anderen waren. Und zwar, es war, glaube ich, Unity und Pride. Und beide hatten als Schwerpunkt natürlich die jeweiligen Charaktere, sprich Yu-Gi und Kaiba. Und dadurch, dass die das hier schon so trennen und so präsentieren, habe ich so ein bisschen das Gefühl, als ob wir auch so eine Tin bekommen könnten. Die Frage ist natürlich, ob sich dann die Inhalte unterscheiden. Wird es Promokarten geben? Ja, nein, vielleicht. Aktuell gibt es diese Information noch nicht. Ist das nur eine Mutmaßung von mir oder wird es tatsächlich am Ende so stattfinden? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in so eine Richtung gehen könnte. Denn wir haben hier einen Hinweis auf Karten aus der Unity & Pride Collection. Und zwar, gehen wir mal ein bisschen weiter drunter. Wir bekommen nämlich alternative Artwork vom Red Eyes, Black Dragon, Dark Magician, Girl, Harpies, Fedderduster und Raigeki. Die Artworks schauen wir uns gleich nochmal in einem Instagram-Post an, wie diese aussehen und welche Karten dann eventuell auch noch drin enthalten sein könnten. Wir sprechen hier an dieser Stelle über alternative Artworks. So, dann wird hier natürlich ganz groß über Yami, Yu-Gi und Seto Kaiba gesprochen. World's Greatest Duelist, Labarababa. Viel interessanter allerdings an dieser Stelle ist, dass wir 400 Karten tatsächlich in diesem Set haben werden. Wir scrollen mal etwas weiter runter. 50 Quarter Century Secret Rares werden in dieser Tin in total enthalten sein. 50 Stück. Alter, jedes Deckthema, jede Karte wird eine Quarter Century Secret Rare werden. Wirklich, das ist extrem heftig. 50 Stücke, schon auf jeden Fall eine ordentliche Hausnummer. Dann haben wir hier, wir haben zusätzlich zu denen 34, bla bla bla. So, jede Tin, Achtung, hat natürlich drei fette Megapacks. Und in diesen drei fetten Megapacks, beziehungsweise anders, in der Tin insgesamt sind drei fette Megapacks. Und in so einer Tin bekommen wir drei Quarter Century Secret Rares garantiert. Drei Prismatic Secret Rares, neun Ultra Rares, 24 Cummins. Teilt das Ganze durch drei, dann wisst ihr, was ihr pro Megapack bekommt. Sprich, eine Quarter, eine Prismatic, drei Ultras und 24 durch drei, acht Cummins. So, das wird es hier in dieser 25th Anniversary Tin Dueling Mirrors geben. 22 Dollar wird das Ganze kosten, das heißt, der Preis verändert sich nicht großartig zu den Preisen vom vergangenen Jahr. Eine wichtige Sache, die wir natürlich nicht vergessen sollten, ist, welche Sets werden gereprintet? Power of the Elements, Photon Hypernova, Cyberstorm Axis, Duelist Axis, Age of Overlord. Diese vier Sets sind die vier Hauptsets, die wir letztes Jahr erhalten haben. Power of the Elements ist ein Set aus dem vorherigen Jahr, sprich aus 2022. Denn viele der Karten wurden in der letztjährigen Tin nicht gereprintet. T-Elements, Sprite, Kurikara, ne wie heißt die? Doch, Kurikara, die Gottheitsinkarnation, Ultimate Slayer. Gibt natürlich ein paar Karten, die da fehlen. Und dann bekommen wir auch noch Reprints aus. Maze of Memories, Amazing Defenders, Wild Survivors und mehr, was auch immer das bedeutet. Ich zähle hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sets. 8 Sets, 400 Karten. Jedes Main Set sind alleine schon mal 100 Karten. Das heißt, es können gar nicht alle Karten aus allen Sets gereprintet werden. Konami wird irgendeine Auswahl treffen. Die Frage ist natürlich, wie sie die Auswahl treffen werden. So, wir springen jetzt mal erstmal in den Instagram Post, wo ich euch einmal die alternativen Artworks zeige, über die gesprochen wurde. Also offiziell erwähnt wurde der Red-Eyes-Black-Dragon, Dark-Magician-Girl, Harpien-Flederwisch und Regeki. Es gab allerdings in der Unity und Pride Collection noch ein paar weitere alternative Artworks, wie ich glaube, das ist Limitless Remover oder so. Wenn ich mich nicht irre. Das hier ist, ich habe keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall Karten, die hier durchaus drin sein könnten. Und ich bin gespannt, ob das auch tatsächlich am Ende der Fall sein wird. So, wir gucken mal weiter. Wir schauen uns jetzt nämlich die Sets an, die Konami in ihrem Beitrag erwähnt. Und mutmaßt mal so ein bisschen, welche der Karten tatsächlich drin enthalten sein könnten. Power of the Elements. Wir haben hier natürlich, wir schauen uns nicht die ganzen Cummins an. Die ganzen Cummins wollen wir nicht sehen. 24 Cummins pro Tin, Alter, bin ich jetzt schon raus. Ich finde, die sollten die Megapacks entweder reduzieren. Macht das Super Rares draus. Lass die Cummins weg. Ich weiß es nicht. Macht, denkt ihr irgendwas aus. Das braucht kein Mensch. In der Regel sind das Cummins, die schon in den Hauptsets Cummins waren. Und die schon in den Hauptsets keiner haben wollte. Also ich glaube, die letzte relevante Cummins, an die ich mich erinnere, war Parallel Exceed. Und das andere danach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Deswegen schauen wir uns mal die Secret Rares und Ultra Rares an. Und hier unten sehen wir noch ein paar Super Rares. Bei Karten, wo man sich über einen Reprint freuen würde, weil könnte teuer sein. Keine Ahnung, ist eine Gurti-Karte. Ist, glaube ich, nicht so wichtig. Sprite. Der Sprite Core ist aktuell nicht so teuer. Wird nach dem Reprint unfassbar günstig werden. Auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Ich glaube, die Kollegin hat schon ihren Reprint erhalten. Ja, die Kollegin hat schon ihren Reprint erhalten. Dann haben wir natürlich Kurikara, die Gottheits-Reinkarnation. Das ist natürlich ein guter Reprint. Generische Staple brauchen wir auf jeden Fall. Tier Elements-Karten. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Könnte passieren. Könnte allerdings auch in der Anniversary Rarity Collection erscheinen. 25th Anniversary Rarity Collection, so heißt die. Dann haben wir natürlich Ashura-König. Eine Karte wie Instant Contact. Der Ultimate Polarino erscheint in der 25th Anniversary Rarity Collection Teil 2. Ultimate Slayer, gute Karte. Und dann haben wir hier noch eine Trap, die keiner spielt. Die sich damals ganz gut las, aber nie wirklich Play gefunden hat. Das sind die Ultra Rares. Das ist Adet Garura. Guter Reprint, wenn der kommt. Die Karte kostet auch ein bisschen was an Geld. Die Karte ist hier Band. Und der Rest. Also keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Super Rares. Auch mehr oder weniger interessant. Nächstes Set. Maze of Memories. Wir machen das Ganze mal chronologisch. Hier haben wir tatsächlich ein paar Karten, die ein bisschen was gehen. Auch hier der Axel Synchro Stardust Dragon. Hier haben wir Wake Up Your Elemental Heroes. Das ist eine 10 Euro Karte. Das ist so eine 20 Euro Karte. Dann haben wir hier noch Rika Glamour und Teardrop The Rika Queen. Keine Ahnung, ob die in irgendeiner Art und Weise gereprintet werden. Dual Academy. Und dann haben wir hier noch den ganzen Gate Guardian Support. Ihr könnt davon ausgehen, dass das Zeug da drin sein wird. Das ist eine Yu-Gi und Kaiba-Tin. Saved. Wir schielen natürlich auf den guten alten Duel Monsters Anime. Das wird da alles drin sein. Ihr könnt Konami nicht entkommen. Anime Support muss her. Ja. Die Karten sind gar nicht so günstig. Aber ich bin mal gespannt, ob da tatsächlich am Ende drin sein wird. Kannst du mir durchaus vorstellen. So, das sind die neuen Karten. Natürlich gab es in Maze of Memories natürlich auch noch jede Menge Reprints. Aber über die reden wir jetzt nicht an dieser Stelle. Wer weiß, ob Chimera da mit drin sein wird. Bin gespannt, ob Konami da einfach noch voll random einen weiteren Reprint reinbuttert. Wir sprechen hier über Amazing Defenders. Rescuace hat seine Reprints bekommen. Purli erhält seine Reprints in der 25th Anniversary Rarity Collection. Das heißt, das bleibt eigentlich nur noch Mikanko. Das einzige Deck, was dort irgendwie vernünftig gereprintet werden kann. Vielleicht noch einzelne Karten, die nicht in der Rarity Collection enthalten sein werden. Keine Ahnung. Richtig begeistert bin ich nicht. Aber das sind auf jeden Fall Karten, die die 400 Karten in der Tin voll machen werden. So, wir machen weiter mit Photon Hypernova. Ein weiteres Hauptsit, welches gereprintet wird. Das ist natürlich ein guter Reprint. Gravekeeper's Inscription. Auch wenn nicht allzu teuer die Karte. Dadurch wird sie unfassbar günstig. Dann haben wir hier natürlich den Gigantic Champion Sagas. Guter Reprint an der Stelle. Kastira Arise hat eine Karte, die auf der Banlist ist. Wird, glaube ich, nicht gereprintet. Dann die Frage tatsächlich an dieser Stelle. Diese Karte findet in der 25th Anniversary Rarity Collection statt. Bekommen wir diese Karte dann auch in der Collection? Oder dann erst in der Tin? Werden beide Karten in der Tin gereprintet? Das ist natürlich ein sehr großes Fragezeichen an der Stelle. Und dann natürlich Triple Tactics Trust. Die Karte wird safe in der Reprint erhalten. Hat ja schon eine Reprint bekommen. Das heißt, die Karte wird dann auf um die 10 Euro droppen. Was auf jeden Fall ein extrem sexy Preis ist. Dann haben wir noch eine Karte, die gar nicht so schlecht ist. Allerdings nicht gespielt wird. Und zwar die Brückenwaage, heißt die, glaube ich. Und dann haben wir noch ein TCG-Exclusive-Deck. Thema mit Goldstolz. Konami überspringt ja sehr gerne mal so TCG-Exclusives. Kann mir durchaus vorstellen, dass auch dieses Deck-Thema komplett übersprungen wird. Haben sie in der Vergangenheit auch schon gemacht. Oft war das auch eine gute Idee, die TCG-Exclusives zu überspringen. Weil sie, ja, alles andere als gut waren. Dann haben wir hier natürlich noch den Kashtira Reisard. Äh, Telemans Kashtira. Gute Reprints. Äh, Gran Gungiol. Und der Rindbrum. Auch gute Reprints. Und der Rest ist, glaube ich, nicht wirklich der Rede wert. Zumindest nicht wirklich teuer. Big Welcome Labyrinth hat schon seinen Reprint erhalten. Und, ne, warte mal. Big Welcome Labyrinth, nicht. Welcome Labyrinth hat seinen Reprint erhalten. Entschuldigt an dieser Stelle. Ähm, und dann natürlich noch ein paar weitere Super Rares, die nicht wirklich relevant sind. Die Frage ist, was passiert mit den Super Rares? Es gibt keine Super Rares mehr in der Tin. Das bedeutet, entweder werden es Cummins. Oder es gibt ein Upgrade auf Ultra Rare. Keine Ahnung, welches Super Rare unbedingt ein Upgrade auf Ultra Rare benötigt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls euch eine Super Rare aus dem letzten Jahr einfällt. Wo ihr sagt, mh, diese Karte als Ultra Rare würde schmecken. So, wir gehen ins nächste Set. Cyberstorm Axis. Quem. Guter Reprint. Nehmen wir mit. Die Kader Kollege. Wiss ich nicht. Nehmen wir mit. Als Reprint. Kostet aktuell Geld. Vielleicht auch nicht. Je nachdem, wie die Bannlist ausfällt. Das Video nehme ich vor dem Drop der Bannlist auf. Eventuell wird der Kollege auch gebannt. Dann ist es eh relevant. Vicious Astralaut. Guter Reprint. Nehmen wir mit. Genauso wie Lulu Valilif. Und der Chaos Engel. Eine weitere Money Karte, die dort gereprintet wird. Also wir haben Thrust und den Chaos Engel. Safe wird der Kollege dort gereprintet. Dann haben wir hier noch einen weiteren Planeten und ein paar Goldstorz Karten. Ha. Viele Manadium Karten, die dort Reprints bekommen könnten. Rarity Upgrades, Downgrades. Hier, Rarity Upgrade für Bistil Disparter. Schmeckt auf jeden Fall. Auch ein guter Reprint. Nehmen wir auf jeden Fall so an der Stelle mit. Und das war es dann wiederum auch schon. Also wie ihr seht, sehr, sehr überschaubar, was wir so pro Set so sind. So ein bis drei Karten pro Set, wo man sagt, yo, da freue ich mich so richtig drüber. Und dann gibt es so ein paar mittelmäßige Karten, wo man sagt, ach ja, komm, nimm mit. Ist aktuell kostet ein Zehner, ist ein One-Off, stört nicht großartig. Aber ich bin Fan von Reprints, macht die Karten allen Spielern zugänglicher. Vor allen Dingen, wenn sie dann günstiger werden nach dem Reprint. Was in der Regel der Fall ist. Wir springen jetzt nächstes Set. Schauen uns Duolist Nexus an. Wir haben hier den Revolutionssynchron, eine Karte, die extrem gehypt wurde. Dann, ja, keine Ahnung, findet jetzt, glaube ich, nur noch in einem Deck statt. Aber auch da ein Reprint tut tatsächlich ganz gut. Das erste Illusion Monster, welches jemals erschien, und zwar der Nightmare Magician. Auch da wird es wahrscheinlich einen Reprint geben. Slaipnir, wichtiger Reprint, muss kommen. Crimson Dragon, kostet aktuell 10, 12 Euro. Warum nicht? Reprinten wir gerne. Ein bisschen Manadium-Kram, Evolzar, Lars. Und natürlich für alle Dark World, Enjoyer Dark Corridor. Dann haben wir hier die erste Snake Eye-Karte, die jemals released wurde. Sympho Spoils Observation Snake Eye. Und dann Testina-Kram. Ich hoffe, dass Testina es nicht in die Tint schafft. Definitiv nicht. Dann haben wir hier noch eine Charmerin, Heater-the-Fire-Channeler. Gate-Guardian-Deck-Thema. Äh, Gate-Guardian. Ähm, Chimera. Wie heißt das? Guardian-Chimera. So, Guardian-Chimera-Deck-Thema. Gute Reprints. Dann Reprints der ganzen Infernobel-Karten. Das heißt, wir bekommen alles als Kamen. Und wird dann, der Core wird 5 Euro kosten. Der neue Unchained-Support wird dort mit der Wahrscheinlichkeit drin sein. Lord of Yama als Prismatic Secret Rare. Wird auf jeden Fall sehr gut schmecken. Bin gespannt, ob der dort drin sein wird. Und dann sehen wir hier die Super Rares. Natürlich die ganzen Guardian-Chimera-Karten. Und die ganzen, ähm, Infernobel-Karten. Das sieht auf jeden Fall alles erstmal sehr, sehr überschaubar aus. Muss man ehrlicherweise sagen. Dann haben wir noch ein weiteres Deck-Building-Set, welches erwähnt wurde. Und zwar Wild Survivors. Wenn ich mich richtig entsinne, wurde keines der Decks bisher gereprintet. Das heißt, wir bekommen Xenoverse-Reprint. Sehr gut für alle Dino-Deck-Enjoyer. Der Deck ist unfassbar günstig. Durch Xenoverse wird es unverhältnismäßig teuer. Und wenn diese Karte jetzt gereprintet wird, als, keine Ahnung was. Kamen oder Prismatic. Das ist ja nur noch... Du hast ja nur noch Prismatics. Ne, du hast ja nur noch Quarters, Prismatics und Ultrayers. Und Kamens. Keine Ahnung, wie der Print... Also das bedeutet ja dann auch wiederum, dass sie entweder einen Upgrade auf Prismatic-Secret-Rare machen. Oder die Karte einfach nochmal einen Ultrayer-Reprint bekommt. Irgendwie wild. Dann haben wir hier natürlich Vanquish Soul. Da brauchen wir ein paar Reprints. Das Deck-Thema ist zu teuer für das, was es kann. Und Vanquish Soul. Ne, was habe ich gerade gesagt? Was habe ich eben gerade... Vanquish Soul ist das hier. Und jetzt kommen wir hier zum Hungry Burger Deck-Thema. Wie heißt das? Nouvelle. Nouvelle wird dort gereprintet werden. Genauso wie Mikanko. Das sind so Sachen, da fragt man sich, muss das sein? Aber ja, werden wir alles bekommen. Wahrscheinlich als Kamen. Keine Ahnung, wer das alles haben möchte. Es wird in der Tin enthalten sein. Wir machen weiter mit dem letzten Set, welches wir letztes Jahr... Also das letzte Hauptset, welches wir im vergangenen Jahr 2023 erhalten haben. Und zwar Age of Overlord. Und jetzt schauen wir uns mal die Kartenliste an. Und dann schätzt ihr mal sehr realistisch ein, ob alles davon gereprintet wird. Vor allen Dingen, nachdem Konami an der letztjährigen Tin den größten Kartenpool aus Power of the Elements rausgelassen hat. Wir sprechen natürlich über Snake Eye Diabelsa. Ne? Der komplette Core. Wanted. Secret Rare. Die Witch. Secret Rare. Der Flamberg-Trage. Secret Rare. Also ich freue mich ganz besonders auf den TG-Reprint hier. Die beiden will ich unbedingt haben. Horus. Ja? Espie, kleine Ritterin. Die Butlerin für Labyrinth. Typhoon, wenn wir jetzt in die Ultra-Rares gehen. Das ist, glaube ich, die teuerste wahrscheinlich. Dann haben wir hier noch die Snake Eye Karten. Also, nur so vom Gefühl her. Ich glaube nicht, dass sie alles reprinten werden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie sich wie bei Power of the Elements einige Karten oder Deckthemen rauspicken, die sie reprinten. Und den Rest gar nicht reprinten. Auch wenn wir über 400 Karten tatsächlich, den 400-Karten-Pool sprechen, kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen. Vielleicht aber auch wiederum doch, weil die Engines aktuell so enorm teuer sind und die Tin dadurch einen sehr hohen Value haben wird und natürlich sehr oft aufgerissen wird, weil man natürlich an diese teuren Engines kommen möchte. Und selbst nach einem Reprint, je nachdem wie die Bandlist bis dahin aussehen wird, werden so Snake Eye Wanted Karten immer noch teuer sein. Genauso wie die Horus Engine. Also ein Amset, der wird, glaubt nicht, dass ihr sie für unter 10 Euro dann bekommen werdet nach dem Reprint. Guckt euch mal den Lubelion an, der kostet 10 Euro, zwischen 8 und 12 Euro, so immer im Schnitt. Der Fenrir, weil er generisch ist, zwischen 15 und 17 Euro. Deswegen wird ein Amset auch so in dem Bereich unterwegs sein. Die Butlerin, ja, wird vielleicht unter 10er kosten. Die Witch wahrscheinlich auch. Wanted, 20 vielleicht, wenn es der erste Reprint ist. Dann haben wir eine SP-Kleine Ritterin. Ich weiß nicht, ob die, also, ey, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die da drin sein wird. Kann ich euch nicht sagen, finde ich ein bisschen, kann ich, weiß ich nicht. Vielleicht. Oder die lassen hier die beiden fetten Engines raus und reprinten dann zwei Money-Karten oder drei Karten hier. Butlerin, Ritterin und Typhoon. Dit is mein Call. Die reprinten alles von Manadium und TG. Testina lassen sie hoffentlich raus. Und die Snake Eye, Diabellstar und Horus Karten lassen sie aus der Tin raus. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das heißt, wir bekommen drei Money-Karten plus ein bisschen Krimskrams. Und das ganze Zeug, was die ganze Yu-Gi-Oh! Welt haben möchte, wird nicht gereprintet. Ist vielleicht auch mehr oder weniger interessant, je nachdem, wie die Bandlist bis dahin aussieht. Also Age of Overlord, dadurch, dass es das letzte Hauptset, welches im vergangenen Jahr erschienen ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass aus diesem Set die wenigsten Karten in der Tin gereprintet werden. Klar benötigen die Horus Engine und auch die Wanted Diabellstar Engine definitiv reprints. Aber ich weiß nicht, ob das in der Tin stattfinden wird. Ich weiß es einfach nicht. Ich fühle es irgendwie nicht. Aufgrund der 400 Karten könnte es sein. Aber ich kenne Konami mittlerweile ein bisschen. Ich habe das Gefühl, das wird nicht passieren. Irgendwas werden sie rauslassen. Also entweder gibt es die Butlerin, die Ritterin und den Typhoon. Oder diese drei Karten werden rausgelassen und alles andere wird gereprintet. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Tin so fett gestalten, dass dort alle Money-Karten drin sein werden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Du brauchst ja auch noch irgendwas an Futter für Reprint-Produkte Anfang 2025. Es kommt ja immer irgendwas raus. Maze of irgendwas, Ghost from the Past oder whatever. Denk dir irgendwas aus. Battles of Legends. Schieß mich tot. Da muss natürlich auch noch ein bisschen was übrig bleiben, um es zu reprinten, um die Produkte zu verkaufen. Deswegen, es bleibt spannend. Konami schrieb ja in ihrem Beitrag oder in der Produktbeschreibung steht ja auch And More. Jetzt schauen wir uns mal das And More an. Ich bin mal in das letzte Jahr, Zeitreise in das letzte Jahr und hab mir mal angeschaut, was dort so für Produkte unter anderem noch released worden sind. Structure Decks. Jede Menge. Konami hat auch schon mal in der Vergangenheit Structure Decks tatsächlich in der Tin gereprintet. Alles einfach in der hohen Rarität reingeballert. Hier haben wir einmal das Dark World Structure Deck. Kann ich mir durchaus vorstellen. Sehr beliebtes Deck-Thema, dass dort die Reprints drin enthalten sein werden. Why not? Alles tatsächlich möglich. Trap Tricks. Ebenfalls. Quarter Century Secret Rare Serra. Ich freue mich drauf. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir Reprints diese Structure Decks erhalten. Genauso wie ein weiteres. Ey, wir haben letztes Jahr drei fette Fan-Favorite Structure Decks bekommen. Richtig wild. Und der Support war immer gut. Für Crimson King. Also wir haben hier tatsächlich ein paar Karten. Vor allen Dingen hier der Kollege, der Visionsresonator. Der braucht auch einen Reprint. Der geht 3,5 bis 4 Euro, die Karte auf jeden Fall. Und die ist aus dem Structure Deck. Also kann ich mir auch da durchaus vorstellen, dass dort gewisse Karten gereprintet werden. Dann haben wir letztes Jahr auch noch so ein Knöller-Produkt bekommen wie Legacy... Nee, Legendary Duelist Soulburning Volcano. Das ganze Salamograde-Zeug. Zumindest die ganzen neuen Karten, die wir hier oben sehen. Auch sowas Geiles wie Battlin Boxer und, warte, Volcanic. Das sind ebenfalls Sachen, die gereprintet werden könnten, wenn Konami von Antmoor spricht. Und dann gab es noch das letzte Deck-Building-Set, welches letztes Jahr erschien. Da glaube ich nicht, dass das in der Tin stattfinden wird. Das wird dann irgendwann im darauffolgenden Jahr wahrscheinlich gereprintet werden. Und zwar Valiant Smashers. Da haben wir Memento oder Memento, warte mal, Memento-Lal, Memento-Nal, 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 Memento. Dann haben wir natürlich Zenturion. Und Reprints, die keiner sehen will, und zwar Valmonica. Das wird, glaube ich, nicht in der Tin stattfinden. Ist das letzte Deck-Building-Set, welches letztes Jahr erschien. Ich glaube, kurz vor dem... Ich glaube, es erschien Valiant Smashers und dann als letztes das Structure Deck Dark World. Ne, das Structure Deck Crimson King, sorry. Das Structure Deck Dark World war das erste Structure Deck, was erschien. Das Structure Deck Crimson King war das letzte, was erschien. Das ist mehr oder weniger ein Kartenpool, aus dem Konami sich seine Rosinen picken wird und diese dann in die Tin ballert. Und damit kommen wir jetzt auch mal zum Abschluss und zum Ende des Videos. Also, aufgepasst. Fazit. 25th Anniversary Tin Dueling Mirrors. Grundsätzlich geiles Produkt, danke für die Tin. Die Cummins braucht kein Mensch. Lasty Vag sind Cummins, die man schon aus dem Hauptset nicht ziehen wollte. Bei dem Kartenpool von 400 Karten, und wir fliegen hier mal ganz kurz über die Sets, wo man sagen, pro Hauptset sind es schon mal 100 Karten. Wir sprechen über 5 Hauptsets. Klar, einige Karten aus Power of the Elements wurden schon gereprintet, aber was waren das? 5 Stück oder sowas? Garura. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Lass es 5 bis 10 Karten gewesen sein. Das heißt, du hast da immer noch um die 90 Karten, die gereprintet werden müssen. Klar, wenn du die TCG Exclusive rausnimmst, kannst du vielleicht überall so minus 10 machen. So, dann bist du bei 90 Karten pro Hauptset, die gereprintet werden müssen. Dann hast du noch die ganzen Nebensets. Wenn Konami gut unterwegs ist und nur die ganzen neuen Karten reprintet, sprich nicht nochmal all das reprintet, was eh schon gereprintet wurde, bist du sowieso bei ungefähr 20, 25 Karten pro Set, ja, bei den ganzen Nebensets. Und dann kommen wir natürlich auch noch in so eine Richtung, wo wir dann über die Structure-Lex sprechen, die natürlich auch ihre Reprints bekommen könnten. Das heißt, bei so vielen Karten wird Konami irgendwas weglassen müssen. Die Frage ist, was wird Konami weglassen? Ich glaube nicht, dass Konami die Cummins weglassen wird. Wenn, dann sind es die ganzen hochpreisigen Karten, die jeder haben möchte. Weil diese kann man ja nochmal in einem anderen Produkt Anfang 2025 reprinten. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr tatsächlich davon haltet. Was ihr glaubt, welchen Weg Konami gehen wird, bekommen wir Snake Eye, Diabellstar, Horus, Espy-Kleine-Ritterin, Trust, Chaos-Engel, den ganzen Branded Despia-Kram. Das sind einfach zu viele extrem heftige Sachen, die ich hier gerade einfach mal aufgezählt habe. Ich springe nochmal über die Liste. Hatten wir hier noch irgendein generisches Ultra-Staple, was jeder unbedingt haben möchte. Der Revolutions-Synchron auch eine Secret-Ready, 35 Euro geht. Also das ist, ich waste it nicht. Ich hoffe es, bei einem 400-Karten-Pool, dass da einfach alles drin ist. Die Frage ist dann natürlich auch, ihr kauft euch einen Tin, ihr kauft euch einen Case, wo 12 Tins drin sind. Zieht ihr die Karten, die ihr unbedingt haben möchtet? Bei einem Karten-Pool von 400 Karten im Vergleich zu 280 Karten im vergangenen Jahr und selbst da war es ziemlich schwer, einen Fenrir zu ziehen. Jetzt nochmal den Karten-Pool erhöht. Das heißt, wie hoch wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass wir eine der beliebten oder der begehrten Karten ziehen werden? Dann gibt es nochmal 50 Quarter-Century-Secret-Rares. Alter, es wird, nachdem diese Tin erschienen ist, wird es Quarter-Century-Secret-Rares für unter einen Euro geben. Wirklich. Also die kosten dann gar nichts mehr. Wahrscheinlich sogar unter 50 Cent. Extrem heftig. Ich bin mega gespannt, wie das Produkt aussehen wird. Ich hoffe, Konami überrascht uns positiv. Eine negative Überraschung möchte ich nicht erfahren. Wir werden es spätestens zu den Influencer-Openings erfahren. Diese werden dann irgendwann zwei Wochen vor dem Release der Tin erscheinen. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen gedulden. Sollte es in der Zwischenzeit irgendwelche Updates, Leaks etc. zu der 25th Anniversary Tin-Doubling-Mirrors geben, wird es natürlich von mir an dieser Stelle auch ein Update zu diesem Video geben. Aber aktuell ist das der Zwischenstand, den wir haben. Wir können natürlich die Tin schon mittlerweile vorbestellen und sollten uns tatsächlich Gedanken darüber machen, ob wir sie vorbestellen. Das Gute ist, dass bisher zumindest kein anderes Reprint-Produkt in der zweiten, beziehungsweise zweiten Jahreshälfte, beziehungsweise im dritten, vierten Quartal angekündigt worden ist. Das bedeutet, es dürfte genug Geld in der Community da sein, beziehungsweise jeder Yu-Gi-Oh!-Spieler dürfte genug Geld zur Seite gelegt haben, um in diese Tin voll rein zu investieren. Was natürlich wiederum die Händler freut und natürlich Konami freut und das wiederum bedeutet, dass wir eine Tin im darauffolgenden Jahr wieder erhalten werden. Spannende Geschichte. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr tatsächlich davon haltet. Freut ihr euch auf die Tin? Seid ihr hyped oder denkt ihr euch, ach komm Konami, lass die Tin weg? Jedes Jahr so eine Rarity Collection. 25th Anniversary Rarity Collection. Das ist was feines, denn da sind die Schmankerl drin. Die will ich haben. Das Beste vom Besten. Ich will den Kamenbolt nicht haben. Behalt den Konami. Gebt mir nur das gute Zeug. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das eine oder das andere haben wollt, ob ihr beides haben wollt. Ballert alles unten rein. Und damit auch genug von mir. Ich wünsche euch eine spitzenmäßige Zeit. Lasst es krachen. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Video wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.